Musik Individuell unterwegs, der Freizeit-Podcast. Folge 7, auf Abwägen. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 7. Es ist Sonntag, der 28. April und jetzt gerade halb neun und ich habe perfektes Wetter. Es scheint die Sonne, es hat 15 Grad plus mittlerweile und es wird sicher noch wärmer werden heute. Und ihr hört es schon, ich bin wieder mal unterwegs mit dem Auto und zwar zum Startpunkt einer neuen Tour. Heute geht es die 14 Kilometer lange Runde über den Tropberg, so wie letzte Woche schon versprochen. Und ich denke, ich werde den Großteil der Tour heute wirklich bei super schönen Wetter gehen. Es soll zwar dann zum Mittag leicht zu regnen anfangen, aber werden wir sehen, wie das alles wird. Ich hoffe, die Audioqualität ist mittlerweile ein bisschen besser, weil es gibt ein bisschen auch technisch Neuerungen. Ich habe mich doch noch dazu durchgerungen, mir ein neues Telefon zu kaufen. Und zwar das erste Smartphone für mich. Man glaubt es kaum. Ja, es ist ein Sony Xperia Z, das heißt schon halbwegs ein gutes Teil und die Freisprecheinrichtung dürfte doch von der Aufnahmequalität her deutlich besser sein als wie das alte Sony Ericsson. Und ja, ich hoffe, dass die Soundqualität jetzt etwas besser rüberkommt, dass der Ton etwas klarer ist. Die ersten Versuche zu Hause waren recht vielversprechend. Und ich hoffe, dass man mich jetzt auch während der Tour dann jetzt ein bisschen besser versteht, dass ich nicht ganz so viel nachbearbeiten muss. Vorteil am Smartphone, das war natürlich auch irgendwo der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich jetzt dann doch für ein Smartphone entschieden habe, ist einfach zum einen die Auphonic-App, die es mir ermöglicht, meine Aufnahmen, die ich jetzt so fürs Podcast nehmen mache, dann gleich direkt zu Auphonic hochzuladen und entsprechend soundmäßig zu optimieren, was mir dann in weiterer Folge beim Schneiden natürlich einiges an Arbeit ersparen wird, hoffe ich. Und der zweite Grund für das Smartphone ist einfach, es ist spritzwassergeschützt, es ist IP57 zertifiziert. Das heißt, bis zu 30 Minuten auf einem Meter Wassertiefe kann man es liegen lassen, ohne dass das Gerät Schaden nimmt. Das ist natürlich für mich schon auch ein wichtiger Punkt, dass das für meine Outdoor-Aktivität natürlich ein bisschen geschützt ist, das Ganze. Und daneben gibt es natürlich noch so ein paar kleinere Apps, die ganz nett sind, die eine nette Spielerei sind, aber jetzt nicht so übermäßig wichtig sind. Was ich heute auch probieren werde, ist die App Orox Maps. Das kann man auch mit Offline-Karten verwenden, kann man mit Online-Karten verwenden. Das ist also im Prinzip ein Navigations- und Kartenbetrachtungsprogramm, mit dem man auch die Tracks direkt aufzeichnen kann. Und, und das ist das Schöne an dieser App, dass ich dann den aufgezeichneten Track dann gleich direkt auf GPSys.com hochladen kann. Das heißt, ich spare mir dann diesen Zwischenschritt, Track auslesen und dann extra hochspielen und so weiter, sondern das macht die App gleich auf Knopfdruck von selbst. Das ist natürlich praktisch. Und das werde ich natürlich auch heute gleich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Sieht aber ganz vielversprechend aus. Ja, soviel es mal zu den technischen Neuerungen, die es in den letzten Tagen gegeben hat. Ich werde jetzt mal in Sirenental fahren, zu meinem Startpunkt von der Tour über den Tropberg. Es liegen auf dem Weg auch einige Dosen heute wieder. Das heißt, es wird hoffentlich heute eine erfolgreiche Dosensuche werden, nicht so wie beim letzten Mal. Und, ja, der Tropberg, vielleicht noch ganz kurz, gehört noch zum Wienerwald. Liegt, ja, am nördlichen Ende vom Wienerwald und zwar zwischen Burgersdorf und Gablitz. Ist für mich, ja, in 15 bis 20 Minuten erreichbar und bietet sich einfach für eine schöne Sonntagstour halt einfach an. Gut, soviel zu dem Gequassel jetzt mal. Ich denke, es ist jetzt eh schon wieder genug. Ich werde jetzt mal zu meinem Startpunkt fahren. Dort liegt dann auch gleich die erste Dose und von dort werde ich mich dann wieder melden. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt schon unterwegs am Tropberg. Die Dose gleich beim Parkplatz habe ich gefunden. Es war ein Blitzfunk sozusagen. Ich habe jetzt mittlerweile noch die Markierung gefunden, die ich gesucht habe, nachdem ich den Bauernhof mit dem Moststüberl von der Familie Hofmann hinter mir gelassen habe. Das Stüberl wird sich dann nach der Tour wahrscheinlich noch für einen kleinen Ausklang anbieten. Da werde ich dann noch kurz reinschauen. Aber jetzt bin ich mal unterwegs am Tropberg und marschiere gerade etwas bergan. Man hört es wahrscheinlich auch an meiner Stimme und ich fühle mich gerade schon fast ein wenig als Pilger, weil dieser Abschnitt führt mich jetzt gerade entlang des österreichischen Jakobswegs. Ja, ist mal auch interessant, mal da einen Teil zu gehen davon. Es sind allerdings nur ein paar Kilometer, also allzu weit werde ich dem Jakobsweg nicht folgen. Aber ich marschiere jetzt mal entlang der weiß-grün-weißen Markierung und werde mich jetzt dann auf die Suche nach der nächsten Dose machen. Ja, ist jetzt da gleich am Weg. Es sind noch circa, ja, ich schätze mal, Kilometer eineinhalb bis dorthin. Und ja, von dort werde ich mich dann wieder melden. Mittlerweile habe ich den Vorgipfel des Tropbergs erreicht, wo ich auch den Cache Domino 30 Tropberg 2 gefunden habe. Hat einen Moment gedauert, bis ich ihn gefunden habe, obwohl ich eh gleich beim ersten Anlauf eigentlich richtig war. Aber ich habe einfach über das Cache-Versteck drüber geschaut. Aber nach kurzer Umkreissuche dann doch noch gefunden. Jetzt werde ich mal weitergehen auf den Hauptgipfel vom Tropberg zur Aussichtswarte. Dort liegt dann auch gleich die nächste Dose. Und auch ein kurzer Multicache startet von dort. Mal schauen, ob dann die Zielkoordinaten von dem Multicache auch halbwegs am Weg liegen auf der Route. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mal ganz kurz in die Pause und melde mich dann gleich nochmal wieder. Den Gipfel am Tropberg habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Auch die alte und neue Aussichtswarte habe ich mir angeschaut. Und bin jetzt schon wieder herunten am Jakobsweg, dem ich jetzt noch ein Stück folgen werde. Ehe es dann weitergeht in Richtung Westen von der roten Markierung dann auf die blaue. Das Wetter ist super. Strahlend blauer Himmel. Der Weg ist leider gerade ein bisschen gatschig, wie man vielleicht gehört hat. Aber das Wetter ist echt toll. Circa 20 Grad. Leichter Wind, der für ein bisschen Kühlung sorgt. Wirklich strahlend blauer Himmel. Die Bäume erstrahlen in der Sonne wirklich in einem herrlich hellen Grün. Frisch und satt. Das ist jetzt in den letzten zwei Wochen extrem schnell gegangen. Vor zwei Wochen hatten wir ja noch 20 cm Schnee in Großwenniggraben. Wie man in der Folge 5 hören kann. Und jetzt ist wirklich alles super grün. Und das laut Dach ist schon wieder sehr dicht, sodass die Sonne eigentlich nur mehr stellenweise durchdringen kann. Ja, jetzt geht es mal ein Stück weiter nach dem Jakobsweg entlang. Und jetzt ist jetzt, ja, die nächsten paar Kilometer gibt es jetzt keine Dose zum finden. Macht aber nichts. Ist nicht weiter schlimm. Weil ich werde jetzt einfach den Weg genießen. Das geht hier wirklich über superschöne Waldwege. Also nicht mal Forststraßen sind da dabei. Das sind wirklich wunderschöne Waldwege. Richtig schöne Pfade. Und es ist einfach zum Genießen. So, ich habe jetzt etwa 5 Kilometer hinter mich gebracht. Also ungefähr ein Drittel der Strecke. Ich bin jetzt gerade an einer kleinen Furt im Schliefgraben. Immer noch auf dem Jakobsweg. Und mir ist vorher ein Mountainbike entgegengekommen mit zwei Hunden vorne dran. Und zwar so wie es sich gehört. Mit guten X-Packs, also schönen Zuggeschirren. Zugleine mit Druckdämpfer, die am Rad montiert ist und nicht am Bauchgurt. So wie es sein soll. So wie es sein soll. So gefällt mir das. Das habe ich natürlich dann, wie er bei mir vorbeigefahren ist, auch kurz in den Anmerkungen so viel fallen lassen. Ja, so soll das sein. Ich werde jetzt den Bachtag quer, noch ein Stück den Jakobswegweg entlang gehen und werde dann in Kürze abzwägen auf die blaue Markierung, genieße jetzt dann noch ein bisschen das Plätschern von dem kleinen Bach und die Ruhe, werde dann weitergehen und mich dann entspreche, natürlich nach der Pause wieder melden. Ich habe jetzt den Jakobsweg verlassen und bin auf der blauen Markierung unterwegs in Richtung Inderau. Ich war kurz auf einer Schotterstraße unterwegs, also auf einer Forststraße, Güterweg, wie auch immer. Ich bin aber jetzt schon wieder auf einem schönen Waldweg, der zwar recht breit ausgefahren ist, aber angenehm ist zu gehen, weil es wirklich ein Erdweg ist, ohne Schotter, ohne Befestigung. Der Wind frischt jetzt ein bisschen auf. Mal schauen, ob der jetzt den Regen bringt, der angesagt ist. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, weil momentan ist also noch wirklich strahlend blauer Himmel, so gut wie keine Wolken, schöner Sonnenschein und wirklich angenehme Temperaturen. Mal sehen, es ist super zum Gehen heute, es ist echt ein Traumwetter. Eine kleine Eidexe habe ich auch gesehen. Leider war ich zu langsam mit der Kamera, sodass ich sie nicht mehr aufs Foto pannen konnte. Aber das macht ja auch nichts. Ja, ich werde jetzt den Weg noch ein bisschen genießen, weil schließlich ist ja der Weg nicht das Ziel und nicht das Ziel und werde mich dann später auf dem Weg wieder melden. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder in die Pause. Ich habe jetzt den Dropwerk mittlerweile hinter mir gelassen, bin im Schliefgraben herunten, allerdings immer noch auf der blauen Markierung, der werde ich auch noch eine Zeit lang folgen. Ich habe jetzt auch schon fast 9 Kilometer in den Beinen. Aber es geht richtig gut heute, es ist immer noch super schönes Wetter. Es ist noch immer so gut wie keine Wolke am Himmel. Das kann von mir aus auch gerne noch eine Zeit lang so bleiben. Habe ich gar nichts dagegen. Es ist angenehm warm, es geht ein leichter Wind, sodass es da beim Gehen auch nicht zu warm ist. Es ist wirklich herrlich, nach wie vor. Für mich heißt es jetzt wieder eine Zeit lang noch den Weg genießen. Und das werde ich jetzt auch tun und melde mich dann im weiteren Verlauf natürlich dann wieder. Ich habe jetzt knapp zehn Kilometer hinter mir, wobei davon der letzte knapp dreiviertel Kilometer Umweg war. Weil ich dir eine Abzweigung, wo die blaue Markierung den harten Schotter-Sandweg wieder verlässt, verpasst habe. Ist leider nicht wirklich gut angeschrieben, dass man da weg muss. Ist von der Richtung, in der ich das gehe, nicht vernünftig zum Sehen. Da muss ich einen kleinen Kritikpunkt aussprechen. Aber okay, nicht so schlimm. Ich habe die Abzeigerung gefunden und bin jetzt wieder auf einem schönen Erdweg am Rand einer Wiese. Und das Wetter hält immer noch. Es ist jetzt fast 12 Uhr. Schaut eigentlich ganz gut aus. Und ja, ich werde mich jetzt wieder ein bisschen auf den Weg machen. Und verabschiede mich dabei mal wieder in die Pause und melde mich dann später am Weg irgendwo wieder. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor 13 Uhr. Es regnet noch immer nicht. Allerdings habe ich jetzt die letzte 3-4 Stunden damit zugebracht, den richtigen Weg zu finden. Weil es schlicht und einfach so war, dass die Markierung extrem schlecht war. Bei der Abzweigung war zwar 5 Meter nach der Abzweigung auf dem falschen Weg ein Pfeil nach rechts, aber danach keine Markierung mehr. Somit war einfach nicht klar, bin ich da jetzt richtig, bin ich da jetzt falsch, keine Ahnung. Und ja, ich habe in den Weg einmal gegangen, bis ich zu einer Streuabstwiese gekommen bin, wo immer noch keine Markierung zum Sehen war. Oberhalb von der Streuabstwiese war dann ein kleiner Bauernhof. Und nachdem das für mich Privatgrund war, oder nach Privatgrund ausgeschaut hat, und keine Markierung zum Sehen war, habe ich dann einfach mal umgedreht. Und bin dann, habe dann drei andere Wege probiert. Bin dann schlussendlich mitten im Wald gestanden, wo der Weg einfach aus war. Habe dann irgendwo versucht, querfeldein irgendwo wieder in Richtung dem Weg zu kommen mit dem GPS. Ich habe ja gewusst, in welche Richtung ich muss. Bin dann nach knapp einer Dreiviertelstunde auf den richtigen Weg wiedergekommen. Und bin dann natürlich in die falsche Richtung nochmal zurückgegangen, um einfach zu sehen, wo ich da hätte rauf müssen. Herausgestellt hat sich, dass ich schlussendlich eh bei der ersten Abzeugung richtig war. Und einfach nur über die Streuabstwiese hochgehen hätte müssen. Und am oberen Ende der Streuabstwiese war dann wieder eine Markierung. Ja, also ich denke, ich werde auf alle Fälle dem Wegbetreiber bzw. dem Alpenverein oder wer auch immer diesen Weg betreut, auf jeden Fall ein Mail zukommen lassen, dass sie sich doch da bitte die Markierungen mal anschauen sollen bei Gelegenheit. Weil das ist echt schlecht. Also die Markierungen sind wirklich nichts zum Sehen. Also nach denen kann man da wirklich nicht gehen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder am richtigen Weg. Ich werde jetzt eine kurze Verschnaufpause machen. Mir den Apfel aus dem Rucksack fangen. Und dann auf dem geplanten Weg weitergehen. Und hoffe, dass der Weg jetzt dann wieder vernünftig markiert ist und ordentlich zum Finden ist. Ja, dann verabschiede ich mich mal wieder in die Podcastpause und melde mich dann später entlang des Weges wieder. Ich bin wieder ein Stück weiter gekommen. Bin jetzt mittlerweile bei ca. 14km Wegstrecke, die ich insgesamt gegangen bin. Und es ist jetzt kurz vor halb zwei. Und der Grund, warum ich mich jetzt gerade wieder bei euch melde, ist ein recht interessantes Erlebnis, was ich gerade hatte. Und zwar ist mir eine Gruppe Spaziergänger entgegengekommen. Weil Wanderer kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ist halt so der Sonntags-Nachmittags-Ausflug nach dem Mittagessen der Familienausflug gewesen, so wie es ausgeschaut hat. Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Auf jeden Fall kommt mir diese Gruppe entgegen und fragt mich, wie sie denn wieder zum Gast aus Mirli zurückkommt. Ob es da einen Weg gibt irgendwo. Ja, das erste, was ich gemacht habe, ist die Karte hergenommen, den Kartenausdruck, das GPS, um zu schauen, wo wir genau sind. Und dann haben wir einfach mal geschaut, okay, wie kommt man da wieder hin. Und haben dann geschaut, okay, gibt es nur den einen Weg eigentlich, wo sie gekommen sind. Ja, und sie haben sich dann noch bedankt und die eine Dame hat auch gemeint, ah, das ist ja praktisch. Wenn ich da eine Karte mit habe und so. Und das hat bei mir so wieder mal so ein bisschen was gelöst im Kopf. Weil ich mir gedacht habe, okay, die sind ganz offensichtlich fremd da in der Gegend. Die sind da nicht wirklich daheim, kennen das nicht wirklich. Ist ja okay, ich kenne das auch nicht wirklich da. Darum habe ich selber auch schauen müssen auf der Karte. Aber ich habe mir halt irgendwie gedacht, okay, die sind da unterwegs und haben null Plan, wo sie eigentlich sind. Haben keine Karte, kein GPS, kein gar nichts. Das einzige, was sie offensichtlich gemacht haben, war am Handy schauen in Google Maps. Wo sind wir? Aber natürlich, Google Maps ist ja denkbar schlecht geeignet dafür, weil einfach Banderwege kaum eingezeichnet sind in Google Maps. Und somit fehlte ihnen natürlich jegliche Orientierungsmöglichkeit. Und ich habe mich halt jetzt einfach gefragt, wieso macht man sowas? Wieso ist man in einem Gebiet, was man nicht kennt, unterwegs ohne irgendwie eine vernünftige Möglichkeit sich zu orientieren? Und da möchte ich einfach auch mal kurz einerseits eine Frage und andererseits einen Appell an euch richten. Die Frage ist einfach, wie macht ihr das? Wie seid ihr unterwegs, wenn ihr irgendwo in einem Gebiet seid, das ihr nicht wirklich kennt? Habt ihr Karten mit, habt ihr GPS mit, macht ihr das mit einer Handy-App oder wie auch immer? Wäre interessant für mich. Und der Appell ist ganz einfach an euch, wenn ihr irgendwo in einem Gebiet unterwegs seid, was ihr nicht kennt, dann nehmt euch irgendwas mit, mit dem ihr euch dort vernünftig orientieren könnt. Das kann eine App am Handy sein, das kann ein GPS sein, das kann eine Karte sein, whatever. Man muss jetzt sicherlich nicht mit Kompass und Peilung und so weiter arbeiten, das ist sicher nicht erforderlich. Aber zumindest irgendwas, wo man sich ein bisschen orientieren kann, wo man ein bisschen Positionsbestimmung machen kann, wo man gerade ungefähr ist und in welche Richtung man weiter muss. Das wäre einfach der Appell von meiner Seite an euch. Ja, also könnt ihr mir natürlich gerne eure Meinungen schreiben oder auch per Audio schicken, ganz wie ihr wollt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich für meinen Teil werde jetzt mal ein Stück weiter gehen. Ich bin jetzt momentan auf einem unmarkierten Weg unterwegs und werde dann wieder auf dem Weitwanderweg 04 treffen. Und diesem dann zurück folgen bis an meinen Ausgangspunkt. Aber da werdet ihr bestimmt dazwischen nochmal was hören von mir. Da melde ich mich bestimmt nochmal, weil das sind noch ein paar Kilometer. Aber jetzt möchte ich erstmal den wolkenlosen, strahlend blauen Himmelbild genießen. Die Sonne lacht wirklich herunter. Es ist super warm. Mir ist es schon fast zu warm. Aber dafür geht ein bisschen ein Wind. Der kühlt mich wieder, das ist okay. Ich werde das jetzt genießen und gehe jetzt mal in die Podcast-Pause und melde mich dann einfach später nochmal bei euch. Ich bin jetzt mittlerweile bei Kilometer 17,5 angekommen. Also die Tour wird deutlich länger als ursprünglich geplant, macht aber nichts. Ich habe noch genug Zeit. Es ist jetzt gerade mal kurz nach 14 Uhr. Und die beiden Gasthäuser am Weg, das Gasthaus Miele und den Gasthof Riegler, habe ich mittlerweile schon hinter mir gelassen. Ich bin schon wieder am Weitwanderweg 04, sozusagen im Endspurt, zurück zum Parkplatz, zum Moststuben. Dort werde ich dann auch nochmal einen kurzen Enkelschwung machen. Das heißt auf jeden Fall was zum Trinken und vielleicht eine Kleinigkeit zum Essen kaufen. Jetzt derweil werde ich aber mal noch ein wenig die Ruhe da im Wald genießen. Ich habe da gerade einen wunderschönen schattigen Rastplatz gefunden. Wirklich mitten im Wald. Mit einem kleinen Jausentisch dabei. Da werde ich es mir jetzt noch ein paar Minuten gut gehen lassen. Ich werde die Ruhe und die Geräusche im Wald genießen und mich dann auf den letzten Abschnitt auf dem Weg machen. Ich melde mich dann auf alle Fälle nochmal am Ende der Tour. Gegebenenfalls auch vorher nochmal, falls sich irgendwas ergibt, mal schauen. Aber jetzt genieße ich das erstmal und verabschiede mich erstmal wieder kurz in die Podcastpause. So, da bin ich wieder. Ein letztes Mal für heute. Ich habe jetzt die Tour fertig. Es sind jetzt schlussendlich immerhin 21 Kilometer geworden. Also doch deutlich länger als ursprünglich geplant. Da dürfte ich mich doch ein paar Mal ganz schön vergangen haben, so wie es ausschaut. Was halt einfach auch den abschnittsweise nicht vorhandenen Markierungen oder schlecht platzierten Markierungen zu verdanken war. Ja, ist halt so, egal. Ich habe die Tour gut hinter mich gebracht. Es war wunderschön. Es war super selektiv stellenweise. Die Wege aber grundsätzlich zum großzelligen guten Zustand, gut zu gehen. Es war ein sehr hoher Pfadanteil, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Es waren so gut wie überhaupt keine Asphaltstücke drinnen und auch nur sehr, sehr wenig Schotterpisten. Also es waren wirklich sehr schöne Wege. Das Wetter hat es super ausgehalten. Es war wirklich, während ich unterwegs war, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, warm, mit einem leichten Wind zur Kühlung. Das war wirklich perfektes Wanderwetter heute. Jetzt zieht es schön langsam zu. Es ist aber jetzt mittlerweile 16 Uhr. Also jetzt dürfte dann doch nochmal irgendwo ein bisschen was kommen. Aber okay, ich bin mit der Tour schon fertig. Somit soll es mir recht sein. Ansonsten ja, eigentlich eine schöne Strecke. Man kann an einigen Stellen auch einkehren. Also es gibt dann speziell im Schlussabschnitt so ab, ja, auf den letzten, ich sag mal, ja, auf den letzten sieben Kilometern in Summe drei Möglichkeiten. Eine davon ist die Moststuben der Familie Hoffmann, wo ich mein Auto stehen gehabt habe, wo ich geparkt habe. Die habe ich dann auch genutzt für einen kleinen Einkehrschwung. Das heißt, ich habe mir dann dort noch eine Kleinigkeit zu essen gekauft und was zum Trinken. Und war sehr positiv über die Preise überrascht, muss ich sagen. Wirklich günstig. Absolut empfehlenswert, wenn ihr die Tour mal machen wollt oder da in der Gegend unterwegs seid. Wirklich eine absolute Empfehlung. Es ist auch möglich, bei der Familie Hoffmann im Hofladen einzukaufen. Das heißt, man bekommt da Ringfleisch, Schweinefleisch, Butenfleisch, alles vom eigenen Hof. Und ja, also von meiner Seite wirklich eine absolute Top-Empfehlung. Kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ja, in dem Sinne, die Strecke ist jetzt zu weit gefunden, trotz einiger Umwege. Ich weiß jetzt, wie wir das dann Mitte Juni bei der zweiten Etappe der Wander-Challenge mit den Schlittenhunden gehen werden. Das war ja das primäre Ziel von der Tour heute. Und es hat sich mal wieder gezeigt, es war gut, dass wir die Strecke vorher sondieren, bevor wir die Veranstaltung machen. Weil, wenn wir das einfach nur so auf der Karte geplant hätten und dann mit den Leuten so unterwegs wären. Naja, das hätte vielleicht den einen oder anderen Unmut auslösen können. Aber deswegen macht man das ja, deswegen schaut man sich die Strecke vorher an und geht sie einmal. Damit man dann eben den fertigen Streckenverlauf wirklich definieren kann und dass da nichts passiert. Gut, in dem Sinne bin ich von meiner Seite für heute mit dem Podcast mal fertig. Es dürfte eh wieder etwas länger geworden sein als wie der letzte, das passt schon. Und ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht und freue mich auf eure Kommentare natürlich in allen sozialen Medien oder per E-Mail oder auch gerne als Audiodatei, kein Problem. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der Folge 8. Bis dahin, viel Spaß und schaut, dass rauskommt. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at Norbert Grau Vor advice Mitfektor für bei der Folge 6 bei der Folge 34 태 Die Folge Ausbildung à